Heute bauen wir einen CSS-Glow-Effekt. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen. Heute bauen wir mal wieder was mit CSS und der CSS-Animation, was ziemlich cool ist. Aber vorneweg, der ein oder andere fragt sich jetzt, was ist das hier im Hintergrund? Ich bin umgezogen. Viele von euch, die auf Discord sind, wissen das. Und deswegen sind auch die letzten Wochen so wenig neue Videos erschienen. Das Video von letzter Woche war im Prinzip kein neues Video, weil das hatte ich schon angefangen. Ich hatte es nur nie fertig geschnitten und damit auch nie hochgeladen. Das habe ich letzte Woche gemacht und ab diesem Video jetzt gibt es die Videos an einer neuen Location, wieder aus Köln. Ich war hier schon vor einigen Jahren einmal für ein halbes Jahr und jetzt hoffe ich einfach hier zu bleiben. Deswegen hat sich im letzten Monat zu wenig Neues ergeben und das sollte sich jetzt wieder ändern. Grundsätzlich geht es heute aber erstmal nur darum, einen CSS-Glow-Effekt zu bauen. Das Ganze ist ziemlich simpel. Ich kam auf die Idee, weil ich auf einer Website war, wo es für diese schönen Lampen hier im Hintergrund so ein paar nette kleine Spielereien gibt, mit denen man zu Hause rumspielen kann mit seinem Handy. Das hat viel Spaß gemacht. Und die hatten dort auf einem Button einen ähnlichen Effekt. Ich habe versucht, die nachzubauen. Die haben das irgendwie über ein Canvas gelöst. Fand ich jetzt nicht so die schönste Methode, weil warum soll man so einen Verlauf mit dem Canvas generieren, wenn man das auch einfach mit der Methode machen kann, die ich euch gleich zeige, die einfach viel leichter ist. Aber ich fand den Effekt also wirklich cool. Und deswegen werden wir das jetzt gleich bauen. Also los geht's! So und los geht's mit dem heutigen Tutorial. Wie ihr seht, haben wir hier schon unseren schönen Glow-Fact, der so vor sich hin wabbert. Und das werden wir heute bauen. Es ist ziemlich easy, wie schon gesagt, dauert nur einige Minuten. Falls ihr das Ganze ein bisschen interaktiver haben möchtet, beispielsweise, wenn ich mit der Maus hier durchgehe, dass sich der Glow entsprechend dem Mauszeiger oder der Position des Mauszeigers verändert, dann schreibt das unten im Videokommentare. Gerne würde ich ein solches Video machen. Das wird dann ein bisschen aufwendiger, weil wir dann doch schon ein bisschen mit JavaScript arbeiten müssen. Grundsätzlich das hier, wie gesagt, sehr easy. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal an, wie genau das alles aufgebaut ist. Und zwar haben wir unsere Standard-Entwicklungsumgebung. Wie die genau aufgebaut ist, wie die funktioniert, findet ihr unten in der Videobeschreibung anklicken. IDE-Video. Dort erkläre ich das ziemlich penibel. Das nächste, wir haben wie immer eine Live-Demo, die ist ebenfalls unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut es euch an, falls ihr Lust dazu habt. Ansonsten geht es jetzt eigentlich los mit dem eigentlichen spannenden Teil. Und zwar haben wir hier in diesem Video eigentlich nur den Index-HTML bzw. nur eine einzige TIFF-Box mit Glow in der Mitte. Hier muss nicht mal Text in der Mitte stehen. Hier kann natürlich auch ein Bild sein oder was auch immer. Ihr habt hier im Prinzip, könnt ihr alles reinschmeißen, wozu ihr Lust und Laune habt. Ich habe jetzt einfach nur Glow reingeschrieben. Das nächste ist unser SAS-File. Hier wird es deutlich interessanter. Allerdings sieht unsere Version aktuell noch ein bisschen drostlos aus. Und bis wir hierhin kommen, müssen wir ein paar Sachen machen. Nummer 1, was ich schon gemacht habe, ich habe hier ein paar Werte definiert. Das hilft uns im Prinzip einfach nur, den Hintergrund dunkel zu machen und Glow in die Mitte zu positionieren. Mehr macht das nicht. Ist für das Video als solches eigentlich relativ egal. Was wichtig ist, hier oben haben wir ein paar Farben. Ich empfehle, was Farben angeht, eine möglichst dunkle Hintergrundfarbe und natürlich schön neon-kräftige, leuchtende Farben zu nutzen. Wenn man hier irgendwas sehr Mattes nimmt, dann wirkt das alles irgendwie ein bisschen matschig. Nicht sonderlich schön. Grundsätzlich, das erste, was wir machen, ist, wir schaffen uns eine neue Box. Diese Box heißt, wie schon gesagt, Container ist unser Kreis später. In unserem Fall wollen wir jetzt aber erstmal gar nicht, dass das ein Kreis wird, sondern wir sagen einfach nur, hey, wir wollen jetzt hier erstmal einfach nur eine Box. 20 View High hoch, 20 View High wide. Background Color ist dieselbe wie die Hintergrundfarbe. Display Flex und zu Flex gehören natürlich noch ein paar andere wunderbare Werte. Und zwar einmal Align Item Center und Justify Center. Das hilft uns einfach nur, den Inhalt in der Mitte des Kreises zu positionieren. Um das Ganze zu einem Kreis zu machen, benötigen wir natürlich noch Border Radius, 50%. Und das nächste, was wir brauchen, ist, wir wollen die Schriften in der Mitte natürlich auch ein bisschen schöner gestalten. Und das machen wir im Prinzip mit Font Size, zwei Rem, Schriftfarbe weiß, Family Roboto, Font White, einfach Bold. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, haben wir in der Mitte ein dickes Glow stehen. Den Kreis sieht man nicht, weil er hat, wie gesagt, dieselbe Hintergrundfarbe wie der Vordergrund. Und wenn ich jetzt hier einfach mal Red reinschreibe, das Ganze abspeichere, sehen wir, wir haben einen roten Kreis. Das wollen wir natürlich nicht. Das nächste, was wir machen, ist, wir zeugen uns unseren eigentlichen Glow. Dieser Glow funktioniert mit den sogenannten Pseudo-Elementen. Was Pseudo-Elemente sind, was man damit machen kann, habe ich in einem Video erklärt, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Solltet ihr euch ansehen, wenn ihr damit noch nie gearbeitet habt, sind sehr praktische, nette, kleine Hilfsmittel. Wir benutzen als erstes den Before-Tag und erschaffen uns so ein, ja, in Klammern, neues Element, was so eigentlich nicht existiert. Wenn ich jetzt hier reinklicke, sehen wir hier kein zusätzliches Element im Prinzip, keinen zusätzlichen Diff-Container, werden wir aber gleich sehen. Und dafür brauchen wir ein paar nette Hilfsmittel. Und zwar einmal sagen wir Position Absolute, Content ist nicht da, Top Left minus 5%. Warum das Ganze, erkläre ich gleich. Wir speichern das jetzt erstmal ab und ich öffne hier unseren netten Container und wir sehen hier, wir haben auf einmal einen Before-Tag. Und ihr seht auch schon, dass es oben in der Ecke verlinkt, was heißt, es orientiert sich aktuell an der oberen Link-Ecke des Browsers und nicht an der Seite, wo wir es wirklich haben wollen. Und das können wir ziemlich leicht ändern. Und zwar sagen wir einfach Position Relative und sagen im Prinzip einfach unserem Container, hey, du bist jetzt Position Relative. Und damit haben wir unser Before-Tag, wie ihr seht, in die Mitte des Bildes zentriert. Und es ist jetzt in Abhängigkeit von seinem Eltern-Element. Das ist sehr wichtig, weil wir uns jetzt darum kümmern, das Ganze ein bisschen netter aussehen zu lassen. Und zwar sagen wir Höhe und Weite 110%. Und jetzt komme ich auch dazu, warum ich hier minus 5 gemacht habe. Und zwar sage ich, die Position ist eigentlich ja bei 0. Mit 110% wäre sie eigentlich dann zu weit. Wir wollen die aber komplett ausrichten in der Mitte, deswegen sage ich Top Left minus 5%. So haben wir jetzt eigentlich unsere Flächerschaft, die größer ist als unser eigentliches Objekt. Wenn ich jetzt hier sage Background Color Glow 2. Was heißt, wir sagen jetzt, hey, wir wollen unsere Farbe erschaffen. Ich speichere das Ganze ab. Sehen wir jetzt hier, wir haben einen leuchtenden Bereich. Wenn ich das Ganze mal aktualisiere, zack, haben wir hier ein schön leuchtendes Viereck. Das Ganze wollen wir natürlich jetzt noch ein bisschen schöner machen. Was heißt, einmal liegt es im Vordergrund, das können wir ganz leicht beheben, indem wir sagen Index minus 2. Und zack, liegt es auf einmal im Hintergrund. Was ich mich gerade noch frage ist, warum unser Kreis nicht zu sehen ist, beziehungsweise warum unser Kreis nicht davor ist, bevor minus 2, das passt. Ah, okay, einmal aktualisieren hat es behoben. Das heißt, wir haben jetzt hier in der Mitte unser Viereck und hier im Hintergrund unser Glow. Aber unser Glow sieht so natürlich nicht richtig aus. Was heißt, das nächste, was wir machen, ist, wir fügen dem jetzt einfach mal Border Radius hinzu. Damit haben wir hier so einen lustigen runden Kreis hinzugemacht. Und damit können wir jetzt schon eine ganze Menge arbeiten. Das nächste, was wir brauchen, ist, das soll natürlich nicht Deckkraft 100% sein. Ein Glow leuchtet nicht zu 100%, was heißt, wir sagen Opacity 0.5. Und damit das Ganze auch wirklich wie ein Glow aussieht, machen wir jetzt einen Filter da drauf, einen Blurfilter mit 60 Pixeln. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, haben wir hier schon so einen richtigen Glow im Hintergrund. Das heißt, man sieht schon was. Das nächste, was wir machen, ist, wir kopieren uns diesen Container, beziehungsweise wir müssen ihn uns gar nicht kopieren in dem Sinne, sondern wir schreiben hier hinter einfach nur unseren Container Doppelpunkt After, was heißt, wir erzeugen ein zweites Element und machen jetzt hier drunter einfach unsere beiden Elemente. Das ist ein bisschen schönere Programmierung, besser als das, was ich in meinem vorgeschriebenen Skript hatte. Das heißt, wir sagen jetzt hier Background Color Glow 2 und dieser Container kriegt Background Color Glow 1. Das Ganze speichern wir jetzt ab und jetzt liegen diese beiden Sachen fast übereinander. Das Einzige, was wir hier jetzt noch machen müssen, ist, wir sagen, das hat Z-Index minus 1 und das hat Z-Index minus 2. Das Ganze speichern wir jetzt ab und haben jetzt das Ganze auf zwei Ebenen gelegt übereinander. Wenn ich das Ganze jetzt beispielsweise bewegen würde, dann hätten wir jetzt hier zwei unterschiedliche Farben übereinander gelegt, sehen die natürlich jetzt so aus. Das Ganze ist, wie kann ich das jetzt animieren? Wie kann man damit etwas machen, dass wir später zu diesem Effekt hier kommen, dass sich das Ganze so einfach hier so rumwabert und animiert und bewegt und tut. Und das Ganze ist mit CSS Keyframes. Was heißt, wir erzeugen uns als erstes mal für unseren Glow 1 unsere erste Animation, und zwar Keyframe bei Glow 1. Und Keyframes funktionieren ganz einfach. Wir sagen 0%, was heißt, was ist, wenn das ganze Ding startet? Und wenn das ganze Ding startet, dann haben wir hier unseren Transform, Translate, 10%, 10%, Scale 1 und Opacity 0.5. Das heißt, das Ganze speichern wir jetzt ab. Und in dem Moment passiert erstmal nichts, weil keines unserer Elemente hat bisher irgendeinen Animation-Befehl. Deswegen werden wir das jetzt ändern und sagen einfach, unser Glow Before bekommt jetzt einfach hier einen Animation-Befehl mit Background Glow 1. Also diese Animation haben wir verlinkt, sagen, das Ganze dauert 15 Sekunden, hat ein Ease und ist infinited. Was heißt, es läuft einfach ewig durch. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, passiert allerdings nicht viel. Was heißt, wir haben hier drin jetzt zwar unseren Effekt ein bisschen bewegt, Ich kann das mal ein bisschen verdeutlichen, indem ich das Ganze hier rüberziehe und das Ganze abspeichere und neue Ränder lasse. Dann sehen wir, dass unser Glow hier unten ist. Was heißt, wir können ihn damit schon mal bewegen. Allerdings passiert natürlich nichts, weil wir haben nur einen einzigen Keyframe. Wir brauchen natürlich mehrere. Das Nächste, was ich mache, ich kopiere mir jetzt einfach mal vier weitere Keyframes rein. Und wer diese Zahlen hier richtig deutet im Prinzip, sieht, dass ich einmal bei jedem Keyframe die Opacity etwas verändere und immer am Ende bei 100 Prozent dasselbe habe wie bei 0 Prozent. So kann man einfach ein endlos Loop im Prinzip generieren. Und ansonsten kann man sich hier drin austoben. Ich habe das jetzt so gemacht, dass im Prinzip von 10 und 10, was heißt, von hier unten geht er erst hier rüber, dann hoch, dann rüber und dann wieder runter. Und der blaue wird exakt hier oben starten und geht hier rüber, hier runter, darüber und hier wieder hoch. Das heißt, das ist das Nächste, was wir machen. Wir erzeugen uns eine zweite Animation. Was heißt, unser After bekommt ebenfalls eine Animation. So haben wir jetzt beide unsere Glow-Objekte, haben jeweils eine Animation. Und das Nächste, was wir brauchen, wir müssen natürlich noch unsere zweite Keyframe-Animation hinzufügen. Zack, und sagen hier Glow 2. Und haben im Prinzip diese Werte, die wir hier haben, per Zufall neu gegeben. Im Prinzip, ich habe sie nicht per Zufall gegeben, sondern sie bewegen sich halt im Uhrzeigersinn jeweils versetzt. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und aktualisiere, sehen wir, wir haben jetzt hier unseren Glow. Wenn ich das Ganze großziehe, sieht man es noch ein bisschen deutlicher. Was heißt, wir haben hier oben unseren roten Glow, der jetzt hier rüber geht und dann wieder runter und hier rüber und da hoch und so weiter. Was heißt, man kann das Ganze wunderbar beeinflussen. Aktuell, wie gesagt, ist das statisch. Was heißt, unsere Animation verläuft diesen Werten hier. Man kann das Ganze auch verdeutlichen. Beispielsweise kann ich hier jetzt auch mal ganz radikal sagen, okay, wir wollen jetzt hier das Ganze auf 1 haben. Wollen das hier auf minus 50 und minus 50 ziehen. Speichern das Ganze mal ab. Dann seht ihr hier, was genau damit passiert, wenn ich das Ganze so abspeichere. Und wenn ich das Ganze einfach mal ein bisschen schneller mache. Das heißt, 15 Sekunden sieht man die Animation nur sehr langsam und so sieht man das Ganze jetzt deutlicher. Was heißt, das bewegt sich hier ein bisschen rum. Wir können auch nochmal die alte Version einfach hier laufen lassen. Speichern das Ganze ab und ihr seht, jetzt das Ganze bewegt sich viel schneller. Und man kann ja zum Beispiel auch einfach sagen, hey, ich möchte jetzt überall 0,5, damit man einfach nicht diese Transition noch da drin hat. So, zack. Was heißt, wir haben jetzt überall dieselbe Deckkraft. Und wenn wir das jetzt animieren, seht ihr, dass sich das im Prinzip so im Kreis dreht. Das Ganze ist, wie gesagt, komplett customizable. Ihr könnt euch in diesen Animationen austoben. Spielt mit Transform rum. Bewegt sie vielleicht auch zufällig, dass sie einfach von hier nach da, hier runter, da hoch und runter und hier wieder rüber und so sich verändern. Vielleicht werden sie riesig. Oder man kann auch sagen, hey, du wirst jetzt dreimal so groß, wie du vorher warst. Was heißt, jetzt seht ihr, das ist zack, es wird auf einmal riesig. Was heißt, ihr könnt euch hier mit diesen Werten, also mit Scale, Translate und Opacity eigentlich nach herzenslos austoben. Wie gesagt, ich würde sehr gerne so etwas noch ein bisschen interaktiver gestalten, was heißt, dass wir das Ganze mit JavaScript und vielleicht mit AnimeJS ein bisschen gestalten, sodass es halt sich interaktiv verändert und nicht nach einem vorgefertigten Muster, sondern vielleicht generisch per Zufall sich einfach bewegt. Das würde ich persönlich ziemlich cool finden. Ansonsten viel Spaß beim Nachmachen und bis nächste Woche. Ciao. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik habt, wie immer unten in der Videobeschreibung Facebook, Twitter, Instagram und vor allem schaut auf Discord vorbei. Für viele von euch, die schon Videos im Vorfeld sehen möchten oder eigene Inhalte sehen oder einfach mit mir privat mal reden möchten, unten in der Videobeschreibung findet sich ein Link zu Patreon. Dort könnt ihr einfach mal vorbeischauen, den Channel damit ein bisschen unterstützen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Nachmachen und ciao.